Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal wieder mit meiner Schamanin. Und ich bin ja noch hier bei der Kampagne. Und da wartet auch immer noch Alexstrasse auf uns. Furoreion wartet. Diese Eier repräsentieren eine neue Generation der Drachenheit. Sie müssen beschützt und gehegt werden. Und doch ist mein Herz voller Schmerz. Und ich sorge mich um Furoreion. Ich fürchte, seine sture Entschlossenheit macht ihn geradezu tollkühn. Im Laufe der Jahre habe ich eure treue Freundschaft zu schätzen gelernt. Vielleicht könnt ihr in meiner Stadt gehen und ihm helfen. Ihr findet ihn im Obsidian-Bollwerk. Und bitte gebt auf ihn Acht. Von seinem Schwarm sind nur noch so wenige übrig. Alles klar. Das Leite findet Furoreion. Er wird unsere Hilfe brauchen, wenn wir den Obsidian-Schwurstein erneuern wollen. Machen wir. So, wir werden jetzt hierhin fliegen. Das ist das nächste Lager. Das ist gleich hier vorne. Genau. Wir werden jetzt unter unseren Lieblings-Mounts auch unsere Flug-Mounts hier. So, ich werde die Daily jetzt einfach mal dezent ignorieren. Und einfach hier hoch gehen. Wie man sehen kann, hier sind einige gerade am Dailies machen. Aber wir machen jetzt erstmal die Kampagne weiter. Wir haben schon sehr lange und nicht mehr gequestet. Wie ihr seht, ist mein Schamanaus schon 67, weil ich trotzdem immer seine Dailies gemacht habe. Ich werde sie versammelt, um die Rückeroberung der Obsidian-Zitadelle vorzubereiten. Eure Anwesenheit bei dieser Mission ist sehr willkommen. Die Draktür sind fähige Soldaten. Die Obsidian-Zitadelle wirkt viele Geheimnisse meines Volkes. Ich würde sie jederzeit zurückerobern. Alright. Wir machen mal eben die Dialoge ein bisschen lauter. Damit ihr das auch genau hören könnt, weil wir lassen die ja normal auch ausreden. Hallo. Ah, Champion. Eure Ankunft ist von Glück begünstigt. Da ihr nun hier seid, wird mein Plan sicherlich gelingen. Der schwarze Drachenschwarm wird sich reinwaschen. Fangen wir an. Lektion der Vergangenheit. Ich bin Glutal. Eine Schuppenkommandantin Draktür. Forion half uns, nachdem wir aus unserem Lager Stasis erwacht waren. Und nun ist es an mir, ihm zu helfen. Ihr habt zweifellos viele Fragen über mein Volk und unsere Geschichte. Bis vor kurzem hatte ich das auch. Aber Nostormo, der Zeitlose, hat viele verlorene Wahrheiten über die Draktür aufgedeckt. Er hat mir eine Vision unserer Herkunft gezeigt und warum wir weggesperrt wurden. Lasst mich euch von den Dingen erzählen, die ich gesehen habe. Okay. Ich glaube, jetzt kommt ein Video. Erzählt mir vom Ursprung der Draktür. Nostormo, wartet! Ihr habt mich durch all diese Momente geleitet. Und nun soll ich euch leiten? Ein blinder Fleck trübt meine Sicht. Die Zeit vor Naitarions Verderbnis. Ich glaube, er betrifft euch. Ich muss wissen, wieso. Sucht ihn. In eurer Erinnerung. Mein General. Ein harter Kampf. Da war ich. Es war eine Ehre, ein Bataillon zu leiten. Wir haben Neltariots Willen genau erfüllt. Unsere Hingabe und Disziplin war unübertroffen. Ein Titanen-Artefakt. Das muss die Quelle eurer Einigkeit sein. Dies war eine uralte Magie, die euch an ihn gebunden hat. Ihr hättet euch doch für ihn geopfert? Wir waren Soldaten. Es gibt viele Gefahren in der Welt. Und hier kommt die Größte. Die Primalisten. Das ist Rassageth, die Sturmfresserin. Eine der Anführerinnen der Primalisten-Rebellion. Sie schlugen ohne Vorwarnung zu. Ohne Ehre. An jenem Tag verlor ich viele Freunde. Wir fielen zurück, formierten uns. Aber dann... wurde alles... verworren. Unklar. Das Artefakt war zerstört. Und die Ordensmagie, die die Draktür verbannt, war fort. Wie wurde Rassageth besiegt? Also, Bruder, das habt ihr vor uns verborgen. Den Moment eures tiefen Falls. In seiner Verzweiflung wandte er sich an das tiefste Böse. Die Macht der alten Götter. Hätten wir es nur geahnt. Aber... warum waren wir gefangen? Warum haben wir so lange geschlafen? Da er die Draktür nicht mehr kontrollieren konnte, betrachtete er euch als Gefahr. Nein. Wir haben unsere Leben für ihn gegeben. Er war stolz auf uns. Warum hätte er... Genug mit dem Sand! Ich sehe nichts! Weil ihr es nicht wollt. Ihr könnt euch nur weiterentwickeln, wenn ihr euch der Vergangenheit stellt. Es klappt auch nicht. Du schickst! Und es wird wiederlegend wie es beginnt. grüfellti superf樣! Also hat er uns eingesperrt. Und uns ganz vergessen, hätte er uns doch einfach vernichtet. Es tut mir leid, mein Kind. Wir mussten die Wahrheit erfahren. Aber verzweifelt nicht. Ich denke, dass Neltarion euch eingesperrt hat, weil er euer Potenzial sah. Was wir erreichen könnten. Frei von seiner Kontrolle. Und nun seid ihr frei. Diese Welt hat viel zu bieten. Und ihr werdet euren Teil zu den kommenden Ereignissen beitragen. Ihr sprach von der Rückkehr eines uralten Feindes. Rassageth und die Primalisten. Deshalb wurden wir erweckt. Es scheint, als hätte Neltarion noch eine Aufgabe für euch. Doch er ist fort. Ihr müsst entscheiden, welchen Pfad ihr nehmt. Welche Geschichte ihr schreibt. Meine Geschichte wird die meine sein. So, das war eins der Cinematics. Ich meine, viele Cinematics sind schon bekannt, da ich auch sehr spät dran bin. Seien wir mal ehrlich. Aber wir lassen uns davon jetzt nicht abringen, auch wenn die nächsten Patches vor der Tür stehen. Wir machen weiter. Lektion der Vergangenheit. Nun kennt ihr die Wahrheit. Doch Vergangenheit ist Vergangenheit. Es ist an der Zeit, dass die Traktür eine neue Zukunft an der Seite der Völker Arzorots beginnt. So, beste Pläne und Absichten. Wir werden unser Schicksal finden. Die Jarathinen anzugreifen, die die Obsidian-Zitadelle kontrollieren, wird keine leichte Aufgabe sein. Selbst mit Furiorion und seinen schwarz-kreiden Streitkräften müssen wir uns auf einen harten Kampf gefasst machen. Furiorion mag sich seiner Sache sicher sein, aber ich bin nicht so siegesgewiss. Vielleicht können wir mit den Assistenten sprechen, die bei der Strategieplanung helfen, um Verbesserungen vorzuschlagen. Besprecht die Pläne. Klare Himmel und starke Winde. Alles klar. Dann hat er noch was. Vertraut ihr mir? Scharfes Training. Arzorot erwarten viele Bedrohungen. Ich habe die Schwarzkrallen seit Jahren gehegt, ausgebildet und ermutigt, nach den gleichen Höhen zu streben, die ihr erreicht habt. Sie mögen nicht die gleichen hehren Ziele erreicht haben wie ihr, doch sie zeichnen sich auf ihre Weise aus. Sie machen mich stolz. Es wäre uns allen eine Ehre, wenn ihr ihr Können auf ihre Probes stellt. Ich glaube, ihr werdet in einem Stück von euch selbst wiedererkennen. So, jetzt sollen wir mit acht Stück kämpfen. Machen wir. Jahre der Suche und dort steht es nun. Mein Vermächtnis. Sobald die Truppeninspektion abgeschlossen ist, beginnen wir mit dem Angriff. So, dann fangen wir mal an. Fordern wir einfach mal... Ach, die kommt mit? Okay. Nee, das ist der Flugmeister. Mit dem prügel ich mich jetzt nicht. So, dann. Komm mal her, du. Ich find' aber schön, dass der auf einmal gespawnt ist. So. Okay. Vielleicht nächstes Mal. Ja, okay. So, erstmal ein bisschen heilen. Seid gegrüßt. Mögen euch die Nebel beschützen. Achso, das sind die Schlachtpläne. Ich möchte aber erst prügeln. Es ist mir eine Ehre. Ja, dann. Jetzt haben wir mal den Gans. So. Und dann machen wir das mit dem Play hier. So. Berichtet mir von Olden Reisen. Meine Strategien entstammen meinen Vorfahren, den großen Kriegern, die über Generationen hinweg die Mogu in Padaria bekämpft haben. Meine... Meine besten Strategen haben einen Plan erstellt, der mit ausreichend Streitkräften eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg bringt. Aber seht euch doch bitte unseren Plan an. Ich lege viel Wert auf eure Meinung. So, jetzt prüfen wir bei dem Plan. Frau hat recht. Der Plan ist gut. Aber ich fürchte, dass uns die Streitkräfte fehlen, ihn erfolgreich umzusetzen. Schade, ne? So. Hallöchen. Bin ich euch zu viel? Nö. Zack. Und der nächste. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Ich muss gar nicht gucken. Ich glaube, ein paar Pläne sind auch oben. Oh. So. Und wechseln. Da ist der Briefkasten. Ich glaube, die nächsten Pläne waren die hier. Nee, hier kann man prübeln. Hallo. Innerhalb des Obsidian-Zitadelle liegt die Schmiede des Erdwächters. Mit ihrer Hilfe lassen sich mächtige Waffen erschaffen, von denen sterbliche Schmiede nur träumen können. Erzählt mir von den Waffen der Zitadelle. Die Schmiede des Erdwächters erschuf Obsidian-versenkte Waffen und Rüstung. Ein damit ausgerüsteter Drachkin konnte es mit 100 sterblichen Soldaten aufnehmen. Wir müssen die Flamme der Schmiede neu entfachen, um ihre Macht wieder nutzen zu können. Danke für die Impfung. Die Waffen der gefertigten Waffen sind sicherlich den Gerardin in die Hände gefallen. Sie werden sie gegen uns einsetzen. Vielleicht. Ehre allen Drachen. Was kann ich für euch tun? Mit mir kämpfen. Haltet euch nicht zurück. Jetzt guckst du, dass der Schmied beim Kämpfen zu mir ist. Ich glaube, die letzte ist oben. Ja, dass sie eben noch die Kämpfe machen. Also, ein bisschen auf die Nase krieg ich schon, ne? Aber das war ja so ab 66, 67 ist es doch ein bisschen anders. Aber wenigstens krieg ich auch halbwegs gute Ausrüstungen beim Questen. Ich mach ja meine Dailies auch immer an meine Weltquests. Sofern ich nicht irgendwie das verschlafe in der Woche. So, einer noch. Ahoy! So. Schnell noch mit der hier. Und dann. So. Haben wir das. Ich würde sagen, gehe ich mal aufs Mount und suche mal hier. Wo steht die? Ich glaube, die stand hier am Ecke, ne? Ich hatte Gerüchte gehört, dass ihr hier seid. Hi! Ich habe einen vollständigen Bericht über die Streitmächte, die die Anzitter da besetzen. Was habt ihr gesehen? Es ist am besten, wenn ihr euch die Größe dieser Verteidigungsmacht selbst anseht. Alles klar machen wir. So viele. Wir verfügen nicht über die Streitkräfte, um durch solche Verteidigungen zu brechen. Oha. Hi. Was ist das da? Achso, das ist ein Erfolg. Ich habe Handynotes an. Das tut mir leid. Da sieht man ab und zu mal Zeichen auf der Karte. Die müssen halt verschiedene Sachen fotografieren. Die Anwesenheit eines so guten Freundes des schwarzen Prinzen ehrt mich sehr. Ich habe ihre Rückkehr erwartet. Die Dracheninseln sind erfüllt von uraltem Wissen. Helft ihr mir, die Geschichte der Obsidian-Sitadelle zu katalogisieren? Was haben eure Forschungen ergeben? Der Schwarm möge uns schützen. Die Mauern der Obsidian-Zitadelle stehen seit tausenden von Jahren. Durch diese Festigkeit war es für die Jaradyn unmöglich, sie direkt anzugreifen. Ich vermute, dass die Jaradyn mit ihrer Elementarmagie die Erde unterhalb der Zitadelle aufgebrochen haben, um dort durch die Obsidian-Festung Nel-Tarus einzudringen. Wenn die Mauern der Zitadelle dazu geschaffen wurden, Angriffen der Jaradyn standzuhalten, dann werden sie sicherlich auch für uns eine Herausforderung darstellen. Das wird nur den Jaradyn bei der Verteidigung helfen. Okay, sind wir durch? Ah, Vorurion. So. Hi. Unsere Schicksale scheinen miteinander verwoben zu sein. Beste Pläne, ich verstehe. Ich werde mit euren Beurteilungen sehr gründlich überlegen. Lernt aus Vergangenen und blickt in die Zukunft. Dann hier schwafes Training. Ich glaube, die Schwarzkrallen sind auf alles vorbereitet. Ich werde euren Ratschlag abwägen. Ich weiß, euer Urteil zu schätzen. Ihr habt recht. Wir sind nur wenige. Ihr vergesst mich. Ich bin ein unschätzbarer Vorteil und werde mir mein Erbe nicht vorenthalten lassen. Sprecht euch aus. So, Krallenschlag. Bleibt immer wachsam. Mit eurer Hilfe werden meine Schwarzkrallen-Assassinen die Jaradyn beseitigen. Die die äußeren Gebiete verteidigen. Markiert potenzielle Ziele mit kleinen Betäubungsbomben und meine Assassinen erledigen den Rest. Sputet euch und eliminiert alles, das unser Vordring behindern könnte. Bis zum nächsten Mal. Keine Zeit für Helden. Unsere Beobachtungen nach zu urteilen, basiert die Gesellschaft der Jaradyn auf Stärke. Die Stärksten unter ihnen dienen den anderen als Vorbild und motivieren sie zu kämpfen. Unter den Streitkräften unter uns befinden sich einige Vertreter der mächtigsten Jaradyn. Eure Ziele. Ihr, Arosia, werdet sie persönlich ausschalten. Das sollte ihre Moral einen entscheidenden Dämpfer verpassen. Tötet Modak. Gigra und Olfis, den Geschmolzenen. Alles klar. Die Behandlung hat voll Schwarzkrallen. Der Moment, auf den wir uns vorbereitet haben, ist nah. Auf zur Obsidian Zitadelle. Wir werden die Jaradyn überwinden und die Zitadelle wird uns gehören. Okay. Es ist viel Selbstbewusstsein, doch die Zahlen lügen nicht. Ich befürchte das Schlimmste. Ja, 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 ja. Ich befürchte das Schlimmste. So. Ähm. Wo muss ich denn jetzt lang? Hier lang. All right. Wir müssen die Verteidigung stören, ne? Machen wir das doch mal. Das Gute ist, äh... Hier sind auch immer mal wieder... ...Freunde, die helfen. Jedes Mal, wenn ich sie markiere, ne? Also, man muss ja nichts alleine machen. Na, da hat gerade jemand. Da macht auch gerade jemand die Quest, glaube ich. Na, dann komm mal her, du. So. Dann bin ich mal gespannt, was wir das alles zurückkriegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es, äh... Kämpfe hier schon um einiges sind. Hier, wie ihr sehen könnt, ist auch gerade nicht... ...nicht so viel los, weil hier jetzt gerade jemand... Hier ist gerade jemand langgelaufen. Das macht ja nix. Komm mal her, du Großer. Ja. 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 Da ist ja... So... Mögen wir ganz kurz gucken. Müssen wir hier rechts... Ugh! Eisenhaut. Na, komm mal her, Eisenhaut. Dauern halt echt lange, ne? Uppala, den wollte ich gar nicht. Ja, ist schon einfacher, sowas zu zweit zu machen. So, das haben wir. Wir müssen, glaub ich, hier hoch. Ja. Ja. Immer wieder drauf. Ist auch ganz praktisch, dieser Button in der Mitte, um sich immer wieder hochzuhalten. Das ist nicht so alt. Find ich super. So, dann gehen wir am besten hier lang. Jetzt muss ich mal gucken, ist der unten der Nächste oder oben? Ich glaub, die sind alle hier oben. Jetzt fehlt hier einmal noch das Mammut. Und der andere Typ da noch. Ja, wir können ja erstmal hier die Leiste voll machen, weil dann verschwindet hier auch das, äh... der ganze Extra-Bereich. Das ist gut, aber guck mal raus hier. Jawoll. Übrigens, ähm, diese Quest-Reihe hier kann man auch überspringen. Mit dem... Mit dem, mit dem... Mit der Befreiung, also mit dem Zugang zur Titadelle. Aber... Dadurch, dass ich ja... Wo der Skip kam... Also ich wusste auf jeden Fall nicht, dass am Anfang dieser Skip da ist. Ähm... Hatte ich natürlich schon mit der Quest-Reihe angefangen. Ne? Und hier bei... Bei... Wenn ich hier sowieso einen LP mache... Mache ich ja normalerweise auch keinen Skip, weil man will ja die ganze Story noch mal sehen. Das heißt, die Funken-Quest-Reihe werde ich wahrscheinlich ausspielen. Ah, oh Gott, zack. Zack. Dann haben wir den auch. Jetzt fehlt uns noch der Letzte. Der ist da vorne, da hab ich mir gefeuert. Hier. Normalerweise. Oder ist die umdrauf? Ich weiß das gar nicht. Umdrauf. Kann auch sein. Ich geh mal gucken. Entweder sind die... Seid vorsichtig. Der Steck. Dann Rauch und Asche. Diese Jagadien sind Meister der Flamme. Und werden nicht zögern, euch in Asche zu verwandeln. Da darf ich das Körper unterbrechen. Das ist super. Kann ich das wieder runternehmen? Ja, kann ich. Kann ich's. Und das können wir wieder unterbrechen. mhm. Zack. Euer Ende kommt bald. Ja, ja. Sagen sie immer alle. So. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unbedingt... die... Vögel mitnehmen. Oh, hier ist Erz. Wo? Da. Nehmen wir gleich mit. Ich hab's erst nicht gesehen, weil der Mob da drauf liegt. So. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt den Rest hiervon freischalten, werden wir ja... Obwohl, die Quest können wir noch abgehen. Unsere Schicksale scheinen miteinander verbogen zu sein. Unser Vorstoß trägt sie zurück. Jetzt müssen wir nur noch die Tore durchbrechen. Bleibt immer wachsam. Ihr seid die wahre Heldin des Tages. Ja, danke. So. Als nächstes kommt jetzt Erlangt die Kontrolle. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Sturm auf die Zitatelle machen. Also, bis dahin. Tschüss! gut-endlich! Pulsieren! ... ...